Gabriel Kelly an Katrin Bendixen, gemeinsame Pläne nach Let's Dance Nach dem Let's Dance-Sieg geht es erst richtig los. Im Interview mit InTouchOnline spricht Gabriel Kelly über seine Zukunftspläne. Gabriel Kelly, 22, und an Katrin Bendixen, 24, sind bei Let's Dance richtig gute Freunde geworden. Nach dem großen Finale ist die gemeinsame Reise noch lange nicht vorbei. Gabriel Kelly und an Katrin Bendixen fahren gemeinsam nach Indien. Während Gabriel jede Woche die Jury und die Zuschauer mit seinen Tanzkünsten überzeugen konnte, musste an Katrin jede Menge Kritik einstecken. Trotzdem schaffte es die Influencerin ins Halbfinale. Gabriel kennt den Grund. An Katrin ist wirklich authentisch. Das gibt es wirklich selten in der Medienwelt. Jemand, der vor der Kamera komplett so ist wie hinter der Kamera, schwärmt der Let's Dance-Gewinner im Interview mit InTouchOnline. Das wussten die Leute einfach zu schätzen und haben deshalb immer für sie angerufen. Ihr war ja bewusst, dass sie nicht die beste Tänzerin ist, aber sie hat immer ihr Bestesse gegeben, trotz der ganzen Hasskommentare auf Social Media. Das fand ich persönlich mega stark. Sie war ein absoluter Gewinn für diese Staffel. Nach dem ganzen Trubel wollen die beiden gemeinsam auf Reisen gehen. Es geht nach Indien. Das wird so eine klassische, chaotische, abenteuerliche Affe auf Biketour, nur, dass ich mich noch hinten an sie ranklammer und sage, bitte nicht so schnell fahren. Gabriel Kelly Gabriel freut sich schon drauf, an Katrin noch besser kennenzulernen. Sie kann mir mal ein bisschen was aus ihrer Welt zeigen. Und die Kamera kommt mit. Das Abenteuer können die Leute dann irgendwann auf YouTube oder irgendwo anders sehen, verrät er. Gabriel Kelly will mit der Musik durchstarten. Doch das ist nicht das Einzige, was Gabriel nach seinem Sieg plant. Auch musikalisch werden die Fans noch einiges von dem Kelly Spross hören. Im Sommer werde ich mich dann im Musikstudio einschließen und mein erstes Album aufnehmen und produzieren. Ich habe kein Management, keine Plattenfirma. Ich bringe alles selbstständig raus. Im Herbst steht dann schon die Let's Dance Tour an. Das Album soll aber noch davor erscheinen.